Was machen wir hier? Boxer. Wie viel machen wir oben? 12 Millimeter. Du darfst dir was wünschen. Guck mal, was ich hier rein rasiert habe. M für Markus. Wer von den zwei soll die eigentlich die Eckenstelle geben? Wer wird in Roten? Diese Musik ist voll unpassend. Was waren die Chayas? Nach der Früh soll besser. Wenn ihr einen IF-IF-süchtigen Onkel habt, hab hier auf Kombi. Bruder, wenn ein 50-jähriger geschiedener Mann in deinem Körper gefangen ist, lächel einmal. Einmal kurz in die Haarline. Okay, Bro, gib mir den Lyskin. Der hat mir den Exorzisten gegeben, oder? Wieso eigentlich Haarspray? Der hat doch gar keine Ahnung. Er mit der Pusse. Was ist denn da? Was hat rein in die Charts? Maybehine! Das war